Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Johannes Lutz von 3D-Industrie und wir helfen Maschinenbauern und Industriebetrieben dabei mit einem eigenen 3D-Drucker, hochwertige Funktionsbauteile zu drucken, dabei sehr viel Geld und sehr viel Zeit einzusparen und ihre Innovationskraft zu stärken. Jetzt gucken Sie wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang unsere Videos. Sie hören vielleicht auch unseren Podcast und Sie haben vielleicht auch das Profi-Wissen-Buch gekauft und Sie überlegen wahrscheinlich jetzt schon die ganze Zeit, ist 3D-Druck das Richtige für uns und Sie beobachten wahrscheinlich den ganzen Markt und Sie sind im Internet unterwegs und so wie es eigentlich ganz viele im Moment tun, aber keine Entscheidung treffen. Und da kann ich nur ein einfaches Beispiel bringen. Es ist so, wie wenn Sie jeden Tag immer nur aufs nächste neue Smartphone warten. Es wird immer ein neues Smartphone kommen, das kann ich Ihnen sagen. Es wird immer ein neues kommen und es wird auch immer besser sein. Aber Sie warten dann halt. Ob Sie da warten oder da warten, ist eigentlich egal, aber Sie warten und Sie fangen nicht an mit dieser Technologie. In 3D-Druck ist es nahezu identisch. Jede Woche kommt was Neues raus. Jeden Monat kommt was Neues raus. Jedes Jahr gibt es einen Technologiesprung. Aber das können Sie nur mitgehen, wenn Sie eine Entscheidung treffen und sagen, ab heute sind wir dabei und wir fangen jetzt mal damit an. Und wenn wir damit anfangen, dann machen wir es richtig. Und ich kann Ihnen auch ganz ehrlich sagen, suchen Sie die Technologie raus, die zu Ihnen passt. Und dann drucken Sie mal die ersten Ergebnisse. Und rechnen Sie dann nach. Und dieses Nachrechnen und dieses Etwas in der Hand halten, in die Maschine einbauen, in der Maschine drin lassen, Leute davon zu begeistern, ist so wertvoll, dass Sie danach sagen, es ist gar nicht mehr so wichtig, immer der neueste Drucker zu haben, immer die neueste Technologie zu haben, immer auf dem neuesten Level zu sein. Sondern es geht darum, es einfach zu tun. Also, und wenn Sie wissen wollen, wie Sie am besten starten, weil Sie schon sich den Kopf darüber zerbrechen, wie Sie nur anfangen sollten, diesen ersten Sprung zu machen, diese Entscheidung zu treffen, kommen Sie bei uns ins kostenlose Erstgespräch. Wir analysieren Ihre Situation, wir geben Ihnen einen ganz klaren Plan mit. Und wenn Sie dann noch richtig clever sind und richtiges Cleverle oder, wie sagt man bei uns im Schwäbischen, Erkäpsele, wenn Sie Erkäpsele sind, dann machen Sie den Weg mit uns ganz identisch, gemeinsam, wie mit den anderen Kunden. Und ich kann Ihnen hier versprechen, damit unser Ziel es genauso ist, damit Sie Ihre Investitionen, die Sie dort tätigen, so schnell wie möglich wieder draußen ist. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist unter www.3dindustrie.de-beratung zu gehen und mit uns zu sprechen. Bis zum nächsten Video.